Also ich kann ja eigentlich gar nicht verstehen, ich habe noch nicht mal gefrüßt, aber außerdem ist es eigentlich nicht möglich, den Herrn Rehle auch nur alle zu erreichen, denn er ist eigentlich der, der seit 20 Jahren, über 20 Jahren mit dieser Orgel verheiratet ist. Deswegen ist er auch noch für Frauen zu haben. Ich könnte nur ein bisschen. 1 Ton geht nicht. Oh, was ist denn? Schade. Ja, das war so schön. 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 Ja, das war so schön.